Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Loopzock Pro Cycling Manager 2023 zur 12. Etappe der Tour de France. Wir liegen immer noch in Front mit Primoz Roglic. Inzwischen ist es ein bisschen knapper geworden. Emco Evenepool ist uns dicht auf den Fersen. Jetzt soll es aber erstmal hier wahrscheinlich um die Sprinter, vielleicht auch um die Ausreißer, aber nicht um die Gesamtwertung gehen. Heute sind die Sprinter Teams und nicht unbedingt Bora gefordert, denn für die Gesamtwertung ist das hier nichts. Das heißt, ich habe jetzt Marco Haller, der ist ganz vorne gestartet, einfach mal die Möglichkeit gegeben. Er ist hier in der 14-köpfigen Ausreißergruppe drin. Wir haben so ein paar kleine Wellen. Ein bisschen Windanfälligkeit gegen Ende und dann flaches Ziel. Also entweder die Ausreißer kommen durch oder die Sprinter Teams wollen nochmal einen Sprint anfahren. Und ausgehend von der Nachführarbeit kann man sagen, dass Wismar, Alpecin und DSM mit ihrem jeweiligen Sprinter das auch gerne so hätten. Und ich glaube, die haben natürlich auch gute Karten, mit denen Sprinter eine Etappe zu gewinnen. Jakobsen hat ja schon zwei oder dreimal zugeschlagen. Aktuell auch im grünen Trikot. Rout van Aert, Jasper Philipsen sind natürlich auch immer gängige Optionen. Aber mal schauen, was die Ausreißer hier so reißen können. Knapp 25 Kilometer vor dem Ziel. Die Ausreißergruppe ist jetzt in dem windanfälligen Bereich drin. Und das hat auch zur Folge, schauen wir hier mal, dass sich das Hauptfeld splittet. Unsere Jungs sind alle dabei. Ich habe das nicht forciert. Wir rollen einfach so ganz gechillt mit. Die Sprinter Teams, die führen ja. Aber es gibt hier natürlich Abstände. Die Ausreißer sind nur noch 50 Sekunden in Front. Aber jetzt sehen wir hier Thunder Pole vorne. Da muss der schon für Philipsen nachfahren. Aber so richtig viel Tempo ist da nicht drauf. So wird der Abstand der Ausreißer wieder größer. Ich hole die auch nicht ein. Das könnt ihr vergessen. Schließlich haben wir ja noch Marco Haller vorne dabei. Hier haben sich jetzt aber Buratti, Louvel und Latour etwas abgesetzt. Da habe ich mit Haller ein bisschen gepennt. Jetzt sind die nur wieder auf unserem Hinterrad. Natürlich. Küng. Wo ist ein Küng? Der ist hier noch dabei. Jetzt kommt das Hauptfeld an. Ja, dann leck mich doch am Arsch. Ganz ehrlich. Der andere hat keine Ausreißergruppe. Drei sind jetzt noch übrig. Dann sorge ich jetzt aber auch dafür, dass ihr eingeholt werdet, ihr Penner. Nur wieder unser Vorhaben hier zerstören. 5 Kilometer noch. Sind denn die Sprinter Teams jetzt auf einmal? Ich fasse es nicht. Also so krass windig war das jetzt auch nicht. Ich war übrigens ein Sprint an für Roglic. Weil warum nicht? 30 Sekunden noch Abstand. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Also Van Poppel ist ja übrigens platt. Falls ihr euch fragt, was mit dem ist. Seht ihr da links? So Sprint auf den letzten Betern. Absolute Flachetappe. Roglic hier bei den Sprintern dabei. Wer hat noch am meisten Kraft? Ja, schade. Sam Bennett oder Phil Bauhaus? Gerben Tyson. Oh, ganz rechts Gerben Tyson. Roglic gar nicht so schlecht. Aber am Ende auf der 15. Ui. Da wurden die Ausreißer noch eingeholt. Oh, ich dachte, hier gibt es noch ein paar Zeitabstände. Jetzt ist das ganze Feld wieder beisammen. So schnell kann sich das ändern. Am Ende gewinnt also wir haben Tyson hier den Sprint. Am Ende ein bisschen unnötiges Theater dafür, dass es ja eh letztendlich zum Massensprint kam. Da waren zwar nicht mehr alle dabei aufgrund der Kräfte, aber die wichtigsten Sprinter schon. Und die haben sich hier am Ende auch durchgesetzt. Neuer Tag. Neues Glück für die Sprinter. Diesmal gab es auch nicht so eine Spiränzchen mit Ausreißergruppe noch grad wieder so eingeholt. Und hast du nicht gesehen. Auch hier haben wir ein bisschen Wind. Ganz ordentlich windig ist es hier. Und auch die ein oder andere Welle. Ja, ziemlich normale Sprintanfahrt, abgesehen davon. Und ich versuche jetzt einfach mal wieder Danny van Poppel an ein gutes Hinterrad zu bringen mit Marco Haller. Zumindest war das der Plan. Bis van Poppel hier ein bisschen das Hinterrad seines Piloten, wenn man so möchte, verloren hat. Und jetzt wird es hier aber auch richtig, richtig eng. Ja, van Poppel kriegt es gerade nicht so gut hin. Dann versuchen wir doch mal selbstständig uns irgendwo dran zu hängen. So auf der rechten Seite hier mal an Pascal Ackermann dran. Was macht eigentlich Max Schachmann da noch so weit vorne? Aber Poppel hat es halt auch die Beschleunigung nicht so drauf, um da das Hinterrad wirklich zu halten. Sehr enger Sprint. Oh, da hatte Jakobsen fast zu früh gejubelt. Aber der Niederländer gewinnt die nächste Etappe knapp vor dem A. Fabio Jakobsen tütet somit den dritten Etappensieg hier ein. Sehr schön. Alter, der hat bislang noch nichts anderes in der Saison gewonnen. Dann willst du aber auch höchste Zeit, mein Lieber. Hatte ich nicht vorhin wieder was von Philipsen geredet? Ich Idiot, der ist immer noch vorletzt. Der ist nicht dabei. Dann ist Albertin für Groves gefahren. So, das war's. Philipsen und Merlier, beide Schädel gebrochen. Die Ex-Team-Kollegen, die sind beide nicht dabei. So, jetzt ist es aber weniger ein Tag für die Sprinter. Wobei Jasper Philipsen würde ich das sogar ehrlich gesagt zutrauen. Aber wie gesagt, der ist nicht dabei. Umso mehr dann Wout van Aert müsste hier doch... Jo, wollte ich gerade sagen. Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Für die Gesamtwertung ist es nicht schwer genug. Mal gucken, ob wir damit Roglic mithalten können, wenn wir die besseren Sprinter nicht loswerden wie Wout und Mathieu, dann wird das echt schwer. Wir haben neun Ausreißer vorne mit einem Abstand von drei Minuten. Aber das sag ich euch, das lassen wir uns nicht nehmen heute. Da auf Sieg zu fahren. An dem letzten Anstieg werde ich nochmal richtig Dampf machen. Das Feld auseinander nehmen. Hoffentlich unsere Teamstärke ausspielen. Gerade für so ein Terrain haben wir natürlich echt starke Leute. Wird nachher schwer im Sprint, so Mann gegen Mann. Vielleicht könnte es auch jemand anderes machen. Theoretisch, wenn wir van Poppel sogar noch mitkriegen. Wäre vielleicht auch eine Option, dass van Poppel sogar die Etappe gewinnen darf. Wenn ich eher so die anderen Helfer nehme, falls der das darüber schafft. Mal gucken. Okay, vergiss es. Ist zu bergig für van Poppel gewesen. Also da hatten wir zwischenzeitlich zu steile Anstiege. Da hat er ordentlich Kraft verloren. Eben hatte der arme Mann noch eine Reifenpanne. Dann durfte er sich jetzt als Wasserträger, weil er eh schon mal hinten war, betätigen. Ich hoffe, der kriegt das noch nach vorne. Und ja, der ist hier am Ende schade. Eigentlich nicht ganz für die Getränke. Mal gucken, ob es noch irgendwie einer der Teammates schaffen kann. So, es geht jetzt gleich rein in den Anstieg. Wobei, das ist eher die Ausreißergruppe. Jo, jetzt fahren wir rein mit dem Hauptfeld. Die Ausreißer. Drei sind noch verbleibend. Haben noch einen Vorsprung von 1,30. Das Hauptfeld ist noch komplett beisammen. Wir versuchen da jetzt einfach mal richtig Stress zu machen. Mal gucken, wen wir da abhängen können. Was wir hier noch an Schaden so ausrichten können. Wenn Chemner übernimmt den Job immer noch 50 Sekunden. Scheiße. Viel geht er jetzt nicht mehr. Muss ich gestehen. Aber egal. Ich bin jetzt committed. Wir fahren einfach mal weiter. Wir können ja theoretisch auch mal attackieren, oder? Versuchen wir das doch mal zumindest so ein bisschen, so ein kleines Loch mal zu reißen. Können wir uns hier absetzen. Chemner kann mal rausnehmen. So, dann haben wir Hindley. Will jetzt Hindley nicht komplett verausgaben. Deswegen ziehe ich jetzt nicht mit Pogata noch weiter drüber. So, die gefährlichsten Leute können mithalten. Und die Ausreißer bleiben noch knapp in Front. Aber wir sind jetzt dran. Ja, und jetzt hat diese 10er Gruppe hier einen Abstand von 10, ja 15 Sekunden. Das wird doch wieder geschlossen. Und dann gibt es gleich einen Sprint. Gut, lohnt sich vielleicht auch nicht. Pogata greift jetzt an. Vielleicht sollte ich hier jetzt auf Chemner noch warten. Ja, Chemner kann nach vorne fahren, damit er die Nachführarbeit macht. Noch 6 Kilometer. Es hat sich hier so ein bisschen leicht bergrunter hin und her geschlängelt. Das sind immer noch Gras und Moric, die sich so ein paar Meterchen abgesetzt hatten. Aber jetzt kommen wir da ran. Pogata haben wir auch eingeholt. Der ist auch nicht so wirklich weit weg gekommen. Ja, und dann kommt es gleich zum Sprint. Leider konnten wir uns da nicht entscheidend absetzen. Ich denke, Wismar hat gute Karten. Tratnik, Laporte, Van Aert da im Hinterrad. Und dann ziehen wir das Ding nochmal ab. Mal gucken, ob die Kräfte von Roglic vielleicht noch reichen für ein paar Bonussekunden. Ne, sieht nicht so aus. Am Ende ist es Van der Poel. Aber in Pogacavi sogar noch dritter, zweiter sogar. Es Roglic einfach, finde ich auch nicht mehr ganz so spritzig wie noch für ein paar Jahren. Fünfter Platz hier ist okay. Aber kein Wunder, dass wir gegen die verlieren. Einfach zu flach am Ende. Naja, schade. Bergiger wird es aber jetzt auf der 15. Etappe wieder. Das Ziel, ja, ist zwar im Tal. Aber auf dem Weg dahin haben wir vier Bergwertungen. Und hier wollen wir natürlich idealerweise mit Roglic dem Evenepol wieder ein bisschen Zeit abnehmen. Bislang haben wir noch nicht so die übliche Bergausreißergruppe mit 20, 30 Leuten. Sondern wir haben drei, die so um Platz 10 in der Gesamtwertung sind mit 8 Minuten 30 Abstand. Ja, könnten gefährlich sein. Aber AI finde ich ist eigentlich eine ganz gute Gruppe. Aber andere Teams, so wie Wismar und auch DSM, die haben hier ziemlich was dagegen. Wollten das Loch da unbedingt wieder zufahren. Winger fährt jetzt selber. Gut, hat er sich doch anders überlegt. Das ist glaube ich jetzt nicht so unbedingt der beste Move. Lasst es doch sein. Die sind doch vorne nur zu dritt. Die können wir doch nachher noch easy wieder einfangen. Aber nein, Christoph Laporte hat seine zweite Luft. Der will hier ballern. Er hat Bock. So, Thunderpool hat das Ding jetzt zugefahren. Macht voll Sinn. Alpiziner hat ja bekanntlicherweise auch. Achso. Für Growth. Für die Sprintwertung. Ja, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, ja, die haben natürlich auch Optionen in der Gesamtwertung. Naja, für die Sprintwertung ist das jetzt gerade wieder zusammengelaufen. Man hat die Ausreißer gestellt. Und jetzt beginnt das Spielchen gleich vielleicht von neu. Jawohl. Vorne sind Gigenhardt und Van Edfeld. Wobei Gigenhardt hier schon recht früh platt zu sein scheint. War auch nicht gerade ein gemächliches Tempo bislang. Ich will ihn natürlich auch nicht. Ne, verstehe das jetzt nicht falsch. Ich will ja auch nicht das Gelbe an die abgeben. Nach eineinhalb Minuten. Jetzt aber nicht so gefährlich, wenn es jetzt keine 30-Mann-Gruppe ist. So geht das ja noch von der Größe her. Aber auch andere Teams hier, wie Neos, UAE, die wollen hier Druck machen. Die wollen natürlich auch unser Gerrit Trikot hier angreifen. Also ich glaube, die Ausreißer kommen hier eh nicht durch. Das kann man jetzt schon sagen. Alter Schwede, UAE hat was vor. Das ganze Team vorne. Das ganze Team. Die wollen hier jetzt richtig attackieren heute. Ey, der ist doch wahnsinnig. 99 Kilometer vorm Ziel. Der ist doch einfach nur wahnsinnig. Die haben jetzt so viel Tempo gemacht. Ich habe es gerade ganz kurz verpasst. Okay, der wird jetzt wieder eingeholt. Weil ich jetzt ein bisschen meine Leute hier sortieren musste. Der hat einfach da schon angegriffen. Ja gut, jetzt wird er wieder gestellt. Alter, meine Leute sind einfach platt. Gut, okay, UAE hat jetzt auch nicht noch Unmengen an Helfern. Jetzt erstmal die erste Attacke hier gekontert. Ich hoffe, wir nehmen jetzt hier mal wieder so ein bisschen raus. Oh, da fährt direkt Almeida wieder nach vorne. Alter Schwede, ich habe ein bisschen Schiss. Ich glaube, die machen uns heute richtig lang. Nur noch 38 Leute im Hauptfeld. Und wir haben noch so einen halbtoten Martinez. Kenner konnte schon nicht mehr folgen. Hier, die sind schon weg vom Fenster. Ui, zum Glück. Hat sich die ganze Lage nochmal ein bisschen entspannt. Vorhin haben sich nochmal ein paar Ausreißer abgesetzt, nachdem das eben alles wieder zusammengelaufen war. Gegen Hart und Van Edfeld sind schon wieder dabei. Aber ich glaube, die haben jetzt auch nicht mehr so viel Kraft. Also wir haben jetzt wieder die Kontrolle über das Pelt in der Hand. Dieser Zweieranstieg, der ist jetzt nicht so schwer. An sich, die Anstiege sind jetzt heute nicht so krass. Aber dadurch, dass sie halt so früh losgelegt haben, ein Punktanschlag vielleicht eben ein bisschen stärker gewesen wäre. Aber ich weiß nicht, warum hat der nicht eigentlich noch Yates oder so mitgenommen? Dann hätte das echt gefährlich werden können. Und es geht wieder los. Wow, Almeida jetzt. Am vorletzten Anstieg macht hier wieder die Pace. Marco Haller stürzt währenddessen. Klicken wir gleich mal drauf. Martinez, Hindley und Roglic sind noch dabei. So, ich hoffe Marco. Jawohl, der fährt weiter. Da sind es wieder die Bekloppten. Also, wenn man jetzt denkt, wir haben ein gutes Berg-Team. Okay, aber ganz ehrlich, Almeida, Ayuso, Adam Yates und Tadej Pogacar finde ich ist besser als Roglic, Hindley, Martinez und Kemna. Ja, also ist schon beides geil, ja. Aber das ist wirklich insane. Also, das ist wirklich krass. Diese viel, die sind nicht zu verachten. Also, zweieinhalb Kilometer noch. 28 Leute sind hier noch beisammen. Wir können Hindley da noch mit rüberschleppen, sonst wird das, wird das eklig. Boah, Ayuso forciert jetzt nochmal richtig. Alter, Togacar attackiert. Ey, ich... Warte ich mit Roglic auf Hindley quasi? War ich da... Ich glaube, ich fahre nicht mit Roglic direkt hinterher. Ne, mache ich nicht. Ich bleibe mit Roglic einfach hier in der Gruppe. Ich hoffe, Hindley... Ja, der sollte jetzt eigentlich in der Abfahrt wieder rankommen und dann kann der noch Nachführarbeit leisten. Ah, Pogacar scheiße, ey, der ist echt stark. Könnte uns hier Zeit abnehmen. Attacke direkt rein in den Schlussanstieg. Hindley hat es nicht wieder zurück geschafft. Carapaz und Yates sind jetzt nicht so mega. Also, Simon Yates nicht so mega gefährlich. Hindley ist knapp dahinter, aber... Ja, ganz ehrlich, ey, der muss sein eigenes Rennen hier irgendwie ein bisschen fahren. Ich glaube, wenn ich den jetzt zu Roglic vorfahren lasse, dann ist der auch platt. Wir müssen ein bisschen auf Sparflamme gehen. Carapaz am Limit. 6 Minuten 37. Simon Yates. Ey, natürlich Ayuso ist wieder zurückgekommen und geht auch direkt wieder in Führung. Okay, Hindley kommt auch nochmal ganz gut nach vorne. Nö, naja, es geht. Das flacht jetzt gleich so ein bisschen mehr ab. Ja, ich glaube, Hindley ist ziemlich platt. Roglic sieht noch ganz gut aus. Ich meine, ich will jetzt auch nicht zu viel Risiko eingehen, bin ich ehrlich. Aber wäre an sich confident, dass Roglic hier gleich nochmal attackieren kann. Ist jetzt aber auch nicht mehr so steil, ne? Aber es wird hier eng. Vielleicht gleich, wenn das Tempo kurz raus ist. Oh, da ist er. Da ist er. Können wir da mitgehen? Ah, hab den Postabgang so ein bisschen verpasst. Kannst du da noch wieder rangehen? Gerade in dem Moment, aber da hatten wir beide die gleiche Idee, in dem Moment zu attackieren. Aber was, wenn ich jetzt wieder rausnehme? Dann passiert hier auch nicht mehr so viel. Wo ist denn Remco? Oh, der ist weg. Oh, der ist hier eingebrochen. Oh, das ist natürlich gut. Ähm, ja ganz ehrlich, ich komme ein bisschen zusammenarbeiten, das wäre nur realistisch. Der Pogacar hat 4 Minuten 38 auf uns. Das ist noch eine ganz schöne Menge. Das ist richtig viel Holz. Selbst wenn der uns hier gleich absprintet. Hindley wird seinen Platz wahrscheinlich verlieren. Ja, der macht aber nix. Hindley hängt sich hier nur an Remco dran. Der soll mal richtig Zeit kassieren. Und Roglic muss sie jetzt eigentlich mit Führungsarbeit machen. Denn, wie gesagt, Remco war jetzt erstmal die erste Gefahr. Der jetzt 2 Minuten oder so verliert, das wäre richtig gut. Aber zum Glück für uns hat halt Pogacar noch Yates und Ayuso, hat er sogar noch mehr. Ne, okay, ja. Aber das ist krass. Ne, das ist krass. Wir haben nicht mal mehr Hindley hier dabei und der hat noch 2. Die sind zu dritt und die sind alle ungefähr auf unserem Niveau. Ayuso war zwischenzeitlich zwar mal leicht abgehängt und bei Hindley in der Gruppe, aber der ist jetzt auch wieder zurückgekommen. So, 3 Kilometer können wir uns nicht da dranhängen, Mann. Warum kann ich das jetzt noch nicht machen? Ja, ich befürchte, Pogacar wird uns im Sprint schlagen. Währenddessen muss ich mal kurz nach Hindley schauen. So, vielleicht ans Hinterrad von Yates dran. Können wir da noch einen drüber geben? Irgendwie ein paar Bonussekunden. Es geht leicht berghoch. Ah, hoffentlich Platz 3. Pogacar ist einfach zu spritzig. Ja, ich glaube, es wird Platz 3. Jawohl. Und dann switchen wir mal auf Hindley. Ja, weil der wurde hier kurz stehen gelassen. Hätte eigentlich gerne Evenepol nur gefolgt. Jawohl, machen wir das mal. Da sind wirklich fast 2 Minuten. Ja, Hindley kassiert auch. Aber egal, Roglic ist unsere Nummer 1. Also bis auf ein paar Bonussekunden verlieren wir hier mit Roglic nichts. Evenepol 1,54. Hindley genau 2 Minuten. Das bedeutet, ja, Pogacar überholt Jai Hindley wenig verwunderlich. Aber alles in allem haben wir mit Roglic jetzt ordentlich Zeit auf Evenepol aufgeholt. Sind da also bei 3 Minuten 41. Das ist schon mal ein ganz gutes Polster. Und Pogacar kommt halt nur ein paar Sekunden her. Hindley jetzt über 5 Minuten weg. Dahinter jetzt keine unmittelbare Gefahr. Ohne zum Abschluss für heute auf der 16. Etappe nochmal sowas mittelgebirgiges. Mehr zu sagen, also das könnte in echt so eine totale Ausreißer-Etappe sein. Also ich weiß nicht, ob das schwer genug ist. Gerade der letzte Zweieranstieg und dann ist noch relativ weit bis ins Ziel. Ich glaube, in der Gesamtwertung geht da jetzt nicht so viel. Sieht hier jetzt heute aber nicht danach aus, als wenn es was für die Ausreißer wird. Denn es gibt einige Teams, die nicht damit zufrieden sind, was hier vorne abgeht. 6 haben sich abgesetzt. Keiner wirklich gefährlich. Aber, naja, vielleicht will man da auch nachführen. Vor allem bei Kofidis, weil man selber einen Etappensieg möchte. Und halt nicht in der Spitzengruppe ist. Er hat sich jetzt nochmal eine Verfolgergruppe abgesetzt. Wieder rund um Lennart van Eedveld. Er ist weiterhin auf Platz 10 in der Gesamtwertung. So, die schließen sich jetzt zusammen. Also 13 Mann Spitzengruppe. Die Gruppe vorne fällt ein bisschen auseinander. 4 sind noch übrig. Nick Schulz fällt zurück. Also tatsächlich nur noch 4. Wir machen hier Führungsarbeit. Aber jetzt auch nicht so mega am Anschlag. Der Abstand wird es wieder etwas größer. Das ist jetzt so der schwerste Berg. Am Ende, ja, ist es zwar ein bisschen steil. Aber der ist nicht so lang. Und Roglic heute auch nur mit so einem neutralen Tag. Deswegen will ich... Müssen wir an sich das Ganze auch nicht irgendwie herausfordern. Ich glaube, wir können die Konkurrenz eh nicht abhängen. Und im Sprint, im Flachen haben wir es schon gesehen. Gut, am Ende geht es so ganz leicht berghoch. Ja, aber gemessen an den letzten Tagen wird uns da Pogata im Sprint doch safe schlagen. Was vielleicht natürlich nochmal eine Überlegung wäre, ist mal mit einem Kemner oder Martinez oder so anzugreifen. Entweder kurz bevor wir die Ausreißer einholen oder dann, wenn wir die eingeholt haben, Tempo rausnehmen und dann mal attackieren. Und die restlichen Helfer bei Roglic lassen. Das wäre vielleicht auch mal eine Option. Gar nicht immer am Anfang der Etappe. Hier war jetzt heute die Ausreißergruppe eh nicht so viel versprechen. Jetzt sind nur Kras und van Eedveld über. Klar, sind gute Bergfahrer, aber die werden das nicht überleben. Dann machen wir das Ganze doch jetzt mal. Kemner attackiert hier. Mit Steph Kras am Hinterrad. Van Eedveld, Harper, Badé. Und wir nehmen hier raus. Wir können einfach mal chillen. Sollen die anderen doch was machen. Nehmen wir mal die Energieriegel mit unseren DC-Fahrern. Kemner. Oh, die anderen wurden schon wieder eingeholt. Okay, never mind. So, wir gehen mal auf eine 80. Natürlich fährt Road Pools jetzt Tempo. Warum auch nicht? Aber die hat schon mal eine ganz gute Lücke gerissen. Aber 50 Sekunden Berg hoch ist natürlich noch einiges. Sind aber auch nur noch zwei Kilometer. Alter, das sieht gut aus. Wenn jetzt kein GC-Fahrer attackiert, bitte Pugacar, du hast doch schon genug gewonnen. Lass es heute sein, dann ist Kemner hier auf einem guten Weg. Aber ja, natürlich ist die Etappe danach noch nicht vorbei. Ich weiß. Ja, aber wenn man den jetzt nicht so als Gefahr sieht. Na gut, vielleicht hätten sie uns auch nicht wegfahren lassen, wenn das Ziel nach dem Berg gewesen wäre. Scheiße, gleich sprinten bestimmt noch welche um Bergpunkte. Aber mit einer Minute in die Abfahrt da reingehen, ist doch schon mal ganz nice. So, dann regenerieren wir hier mal so ein bisschen. Danach immer leicht abschüssiges Tal. Zwei kleine Rampen noch. Scheiße, Mann. Halt noch so weit. Aber wir gucken mal, wie weit ihn seine Zeitfahrqualitäten hier tragen. Wie gesagt, das ist immer leicht abschüssig. 20 Kilometer hat er ungefähr noch. Eine Dreiviertel Minute. Je nachdem, wie sehr die anderen jetzt Bock auf einen Etappensieg haben. Jumbo, Wismar, sorry. Er hat ja safe noch Wout van Aert hier, oder? Wo ist er? Da. Ja, gut. Natürlich eigentlich ein easy win, so war es dann. Ah, schade. Ja, wir haben es versucht. Bahrain und Wismar drehen sich jetzt hier komplett auf links. Binot und Mohoritz haben wir ordentlich reingetreten. Nur, dass Lenny da eingeholt fährt. Ja, schade, Mann. Er war auch sehr ambitioniert, aber hätte ja klappen können. Aber natürlich wird hier jetzt rausgenommen. Was, wenn ich mit Martinez angreife? So. Ja, Wout Pools. Das ist hier der Aufpasser. Der setzt natürlich direkt wieder hinterher. Ja, da geht nix. Dann wird es eben Sprint. Wie kriegen wir das hin? Wir haben hier jetzt gleich kurz vorm Ziel eine kleine Steigung. Aber wie kriegen wir es hin, dass wir hier den Sprint heute gewinnen? Können wir nicht großartig viel machen, ne? Roglic muss mal seine nicht vorhandenen Sprinterbeine auspacken. So. Los geht's. Kann Roglic da noch nach vorne schießen am Ende? Ah, es geht. Pitcock siegt von von Aert. Roglic, ich konnte noch nicht mal eher sprinten. Da war die Sprintfunktion recht spät verfügbar, fand ich. Hätte sonst noch Platz zwei viel leicht gegeben, so mit dem Geschwindigkeitsüberschuss. Kein Etappensieg heute. Naja, kann auch nicht immer klappen. Wir sind aber weiter komfortabel in Gelb. Aber ich fühl mir nicht mehr so sicher. Also, das wird noch mal hart. Aber das muss doch eigentlich reichen. Also ganz im Ernst. Also mit diesem Stand in der Gesamtwertung gehen wir dann beim nächsten Mal in die letzten fünf Etappen, die noch anstehen. Berge und Sidefahren hin oder her. Aber 3,45 müsste doch wohl eigentlich ausreichen, um das Ding am Ende nach Hause zu schaukeln. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein, wenn es heißt MrLuke Zock Pro Cycling Manager 2023. Bis dahin macht's gut. Ciao.